Hallo Leute, hier nur ein kleines Testvideo. Ich habe immer geprüft, ob die AN94 im Burstfire-Modus wirklich schneller schießt als im Automatik-Modus. Und ja, es ist so. Ich habe die Zeit gestoppt. Links habe ich im Burstfire geschossen, jetzt kommt der automatische Modus. Und wie ihr sehen könnt, braucht man ungefähr eine Sekunde länger. Das wird daran liegen, dass ich nicht perfekt 1200 Rp. geschafft habe. Aber hiermit müsste dann so ziemlich bewiesen sein, dass die AN94 im Burstfire-Modus schneller schießen kann. Hier, das gleich nochmal in der Zeitlupe. Außerdem habe ich beim Burstfire-Modus eine Kugel mehr gehabt, was das Ganze nochmal unterstützt, dass die im Burstfire-Modus wirklich schneller schießen kann als im automatischen Modus. Denkt dran, links Burstfire, das kommt zuerst. Und rechts vollautomatisch, das kommt als zweites. Das könnt ihr unten rechts sehen, an den Einstellungen. Jetzt habe ich nämlich in den automatischen Modus geschaltet. Und jetzt wird sie nochmal so komplett entleert. Und obwohl im automatischen Modus eine Kugel weniger drin ist, braucht sie länger. Damit dürfte das so ziemlich bewiesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.